Also immer ein Ausschein, natürlich Reizungsbegleitung, Wohlfegespräch, 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 Wohlfegespräch. Die haben mich eingetragen, bis auf die, die sie nicht gemacht haben, deswegen habe ich die Liste da eingelegt, weil ich dachte, wenn der Dürr morgen kommt. Aber die wollten doch heute Nachmittag was essen. Also das fragt nochmal nach, weil das mein Stand. Ne, deswegen habe ich einfach die Liste mal liegen lassen. Entweder kommen die jetzt noch von oben oder wir machen sie dann versuchen das am Morgen nochmal. Bei dem Kittel, das ist ja auch noch atmisch. Die zwei Stunden ist ja, ja, das ging nicht rein, das war schon nicht. Ja, aber das ist merkwürdig. Also ich glaube, da würde ich dann auch ein T-Shirt anbisschen. Am 24. Festen. Gut, das wird keiner sehen bei mir, aber... Achso, bei mir. Bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Aber Corona. Da war mir auch nicht. Da war peer. Da war auch nicht. Da tante oder? Bei mir sage ich hin. Ja, ja, ja.